Ich rauch zwei Joints am Morgen, ich rauch zwei Joints in der Nacht, ich rauch zwei Joints am Nachmittag, weil's lecker ist und Laune macht. Hi, ich bin Ben von den Ohrbuten und ich stehe gerade in einem wunderschönen Wald in Bayern. Man muss sich vorstellen, vor 100 Jahren war hier alles voller Hand, es war total egal. Man konnte einfach sich so eine Pflanze nehmen, da konnte man dann sich Öl draus machen oder einen Tee oder auch einen Salat. Heute ist es nicht mehr so einfach mit dem Hanf. Deswegen spielen wir auf einer total geilen Veranstaltung Hanfparade 2015. Wo? Berlin. Wann? 8.08.2015. Uhrzeit? 5 Uhr. So, spielen wir eine Stunde und setzen uns dafür ein, dass diese bayerischen Wälder eines schönen Tages wieder voller Hanf sein werden. Und wir einfach hier lang spazieren, uns das Kraut pflücken und genießen. Bis zum 8.00 Uhr. Ich rauch zwei Joints, nachdem ich zwei geraucht hab, dann baue ich zwei und mach die auch platt. Dann baue ich zwei und mach die auch platt.